Das ist ja wie im Kindergarten dahin im Kerntag. Nur weil ich schön bin, heißt das nicht, dass ich dumm bin, gell? Ich weiß, man kann auch beides sein. Na, also. Du rennst nicht, du Deppertz. Elisabeth, ich hab doch Hunger. Was ist denn heute mit dem Harz gebrannt? Abmarsch! Nein, bitte nicht, bitte, bitte nicht da rein. Oh, das lebt ja schon alles. Es langt. Ruhe ist jetzt. Ein Horst, ich gebote, haben wir da erinnern. Es ist zum Verzweifeln. Zum Verwunder, wäre der richtige Apostel. Ein Katastrophal ist eine Art Energie. Und wenn die exempletiert, dann geht's los. Dann ist die ganze Welt... Lingenling. Nein, nicht, Oli, auf einmal. Könntest du nicht schreiben, so wäre die Sache anders. Ja, dann hätte ich dich überhaupt nicht schreiben. So kannst du aber schreiben und schreibst doch nicht. Ja, ja, bei uns muss halt immer was los sein. So recht. Entschuldigen Sie, Primaus. Sau an den Dreck, hat er. Also, ab und weiter. Iya, nicht, Oli, auf einmal. Und da hat er das Ding geschrieben. Was ich also jem�lich?